Karma Hallo in Trouble in Terroristown Wir sind alle ins Gefängnis gekommen, weil wir zu schlechte Videos gemacht haben Vor allem Exe Trouble in Terroristown Und ja Mit mir spielt, also mit mir ist der Insassin auch der Reaper Die startet auch nur auf die Jojo Hallo Da müsste der Mann sein Unser Pflicht Officer NaWu Die uns alle im Auge behält Hallo Und der Typ der Schuld hat warum wir alle hier drin sind Echse Hallo Nein, ich meine nur, wenn man TTC auch gehört Ich bin auch nicht froh, Echse Ich bin, äh, ich bin nicht froh Na, wo lass uns den Weg jetzt rausfinden Ich gebe der, der für alles die Schulze, äh, Echse Also mit diesem Abgang der Pizzer Eine Frage war jetzt, ob die Negev gut ist Nein, die ist einverstanden Du bist ne Jutsch nur in Also irgendwie muss man noch da runterkommen Ne Jutsch nur in anders Ne große Jutsch Ne Jutsch Ja, zwei Räume weiter ist nochmal so'n Gang runter Ja, ich überleg jetzt grad bloß wie man die öffnen kann Ey, der Wagen bewegt sich Weil ne Traitor, Traitor konntest du da auch nicht runter Vielleicht fährt der sogar Echse hier ein Wanva Guck mal hier, hier unten sind doch sogar diese Abflüsse Hi Wanva Ah, hier hat jemand angezündet Snaver, Sna... Sna... Naja, nicht gezündet Na wunderbar Ai Wanva X hat sich wieder als Misch verkleidet Ey, hab ich nicht mit Was passiert eigentlich, wenn ich hier runterfalle Dann weg, 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 weg Ich verbrenne seine Leiche, okay, Data? Ne, bleib bei mir Hä? Ich hab die Leiche von X verbrannt Er war Traitor, hier Die Feuerwaffe von ihm Das hört sich an mit Furz, wenn ich hier durchgehe Und ich hab noch, äh Ich hab noch das hier wappter Wieso wurde ich umgebracht? Ich war nicht mehr Sna... Warte mal, kommt das Geräusch, auch wenn ich nicht ne Waffe in der Hand habe? Hö, du siehst aus wie ich Ja, ich hab mich jetzt als Licht getan Oder wenn ich keine dabei habe Das hat mir hier, Echse Okay Du dachtest jetzt nicht rumlaufen Der Medetaldetektor ist kaputt Komm mal mit, aber ich hab was gefunden Ich hab was gefunden Also ich guck euch da so zu und denk mir so, hm Meinte Reaper nicht Sna... Oh, Echse war ja T Danke, Cyber, dass du uns gesagt hast, dass Mr. Wanwart noch der Z1T-Kollegist Reaper hat doch geschrien, Sna... ist es Bitte was? Ja, aber... Mein Tee schrieg ich hier auf dem Schreibtisch Sna... Äh... Räubusch wandelt... Ich wär froh, dass ich dich vor dem Also... Ne, ne, Echse hatte seine Echse Tee gemacht Guck mal, hier ist sogar dieses Seil Na, wo... Bleib doch mal bei mir Will was sein? Ich hab mich grad an einem Tee verschluckt An einem Tee? W-w-wann ist dir ein Trait-Dance in den Mund geklettert? Komm mal mit, Navo Weißt du was? Folgt dem anderen Deta Navo Es ist Mr. Wanwar Ich hab grad gesagt, dass er tot ist Guck, hier unten Es ist Mr. Wanwar Das ist sogar die Seil Mieber zieht somit der Sniper ganz heimlich Und ich hab nicht meine Waffe, warum hab ich meine Waffe nicht auf? Wie soll man da runterkommen? Keine Ahnung Ich will da runter Okay, wer tut Soda in eine Teef-Kultur? Mieber warte kurz, nicht alleine laufen Hi Lass uns gemeinsam mit Vanwar killen Was geht ab, Reaper? Ich mach's, weil es dann schön kalt ist So, wer ist jetzt der Echte? Das ist jetzt nicht Navo Das ist ein Jojo 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 Das geht ja gar nicht Das hier? Das hier? Was auf dich zuspringt? Da ist doch da hinten ein Jojo Aaaaaah Hä bitte, was? Zwei Police Officer auf einmal Nö, nö, nicht mit mir Nö, nö, nicht mit mir Nö, 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 nö Wir sollen jetzt ja eh duilieren, hab ich vor mir Nein! Sag mal Jojo, wieso hast du mich gekillt? Alter Weil du weggerannt bist Und ich hab gedacht, dass du Snae ist, der da wegrennt, weil Reaper Snae geschrien hat Wenn du keinen Namen siehst Ich hab hier einfach zwei Leute weggeholt Ich hab hier einfach zwei Leute weggeholt Ey, wo war's denn überhaupt? Aber Axel, ich hab auch noch gerufen, dass das Axel ist Richtig geil Wer ist denn da reingelaufen? Also ich hab Snae schon in die Tee geklaut, obwohl ich eigentlich Nabos nehmen wollte Und hab dann mit der Flare Gun irgendwen angezündet Hey, wer ist denn eigentlich in die Tee? Weil ich als Snae verkleidet war Und dann macht Jojo alles kaputt, weil er nicht auf Snae schießt, sondern auf mich Ja, ich hab auf den geschossen, der weggerannt ist, also Und ich hab schon vermutet, weil du geschossen hast, weil Snae gesagt hat Ja, Axel hat meine Identität Lauf das eigentlich immer alles für diesen Turm da hoch? Nö, scheinbar langweilig Weil er neben mir stand Ich find hier viel bessere Wattenspots, also Ja, aber das will nicht automatisch ich Dann... Das kann doch jede andere Idee sein Als, äh, Obergefreiter Töte ich jetzt den Cyberboard Warum? Weil ich Data bin Das ist eine gute erste Amtstar Du bist Data? Das finde ich echt gut Wer hat dir nur Data zu sein? Wer hat dir nur Data zu sein, Alter? Wer hat dir nur Data zu sein, Alter? Was sagen sie zu ihrer Verteidigung? Ich hab nicht meine Waffe What the fuck? Ich hab keine Waffe Ich möchte bitte, dass das Ganze mit einer Ja, ne Ging die juristischen Abhandlung treu What the fuck? What? Warte Julia, war das ein Einkauf? Ich weiß, wo ein Traitor ist Ich hab da oben ne Plasma hochgeworfen Die ist aufs Dach gefallen und auf einmal klebte sie an der Eim, der da oben stand Du, den Data gekillt Ari, den DZ, da sind zwei gestorben Das ist der DATE gekillt Du mit dem Arszener hier Nee, ich hab das Spider-Man Gun von Stay Nein, die gehört hier Ich hab ihn umgebracht Ich hab ihn umgebracht Nein, du hast DATE umgebracht Alter... Das macht dann Plus Minus Cool Karma. Ich hab mir die letzte Waffe gebunden da durch, dass ihr da oben Waffen hattet, so. Ja, wissen Sie, Spyster hat den Dato übrigens aufgehoben. Ja, benutzt Julio. Ich sag bloß, dass ein Kollege umgebracht. Nein, hab ich nicht. Ach, der Dato hat jetzt auch die Spider? Ah, ne, nur der Dato hat die Spider. Aber kannst du mir die bitte 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 geben? Meier, schieß mich nicht, ich möchte wissen, was passiert. Weil ich ihn umgebracht hab und ein Traitor. Ja, und ich schmeiß, ich schmeiß den, äh, den Traitor über die Map, wenn das Körper geht. Ja, aber warum solltest du sie dann haben, hm? Weil ich die Leiche gefunden hab. Der, äh, wird zuerst für den Normalsherr. Nein, 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 schmeiß die einfach hier über die Wand. Schmeiß die über die Wand, die Spider-Man-Gun. Äh, dann fällt sie hier runter. Deswegen, ja. Wenn du mich tötest, dann bist du für alle anderen Traitor. Also, sorry, du kannst... Äh, ich werde ab, ich werde abgeballert. Ja. Weil du sie benutzt. Ey, sag mal, dass es... Also es hat Bingeling gemacht, von daher denk ich mal, dass du Inno bist. Wo ist denn der Traitor? Okay. Ich darf die Spider-Man-Gun haben. Im Knast. Aber auch nicht dein. Ist das ganze Ding mehr im Knast, wo man das hinbringen konnte? Ist das also... Also, ich meine... Ich hab den... Ja, irgendwo anders hin. Aber da stand Worden in Office drauf. Okay. Hieran? Ey, hier ist noch ein Walkie-Talkie. Das kann man auch mitnehmen. Ich hab nur keine Ahnung, wo man das hinbringen muss. Ja. Böse Tür. Böse Tür. Okay, alles ruhig. Ja. Ist die Konzentration. Im Knast. Das ganze Ding ist doch im Knast. Ich weiß nicht, welches Gebäude der Knast ist. Im Knast? Hallo? Da, wo die ganzen Zellen sind? Ah! Ja, 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 ja. Man muss durch die Gebäude durch. Ja. Ne, hier sind auch Zellen. Ist aber nicht krass. Der ist die Küche nämlich dran. Wo ist der Trailer-Tester? Warte, ich muss nicht da lang. Ja, vor Exo sollte man vorsichtig sein. Exo? Ja, ich hab die Trailer eigentlich überzeugt geschmissen. Wanwa will sich nicht testen lassen. Du bist doch grad hier hochgeratscht. Schwein weiß, wo die Tester ist. Ach, da. Hallo, Wanwa, nicht schießen. Oh, jetzt hier. Ach, ist da, in diesem Haus der Tester. Wo ist der? Ich denk Wanwa ist. Hier drin. Hä, what the fuck, wo seid ihr? Ich setz mich rein. Was ne Taube? Wanwa ist es? Jaaaa, das hat nicht mehr geklappt. Ah, Wanwa, du hast mich abzuhören mitgekillt. Jojo? Jojo, ich könnt dich jetzt grad umbringen. Naja, das Ding hat ne Range, ne? Wieso ist dir kein Floppa? Warum wäre ich da hoch noch oben auf dem Klasse? Naja, ich kann nicht mit allem das nennen. Floppa? Ich wusste, ich war... Guck mal, du wusstest, ich war... Ja, das Ding war ja... Ich schweiß das Ding. Es fliegt aufs Dach. Und auf einmal, innerhalb von einer Sekunde, klebt es am Rücken des Dethes. Was ist da an deinen Kopf geklebt? Zagobart, beruhig dich, du wärst oder so gestorben. Ne, Wanwa, du hast dich selbst gestorben. Ja, hab ich okay. Ja, das war ja klar, dass er sich selbst begiltert hat. Naja, das hätte auch ein Cyborg sein können. Also wäre ich nicht gestorben. Doch, ich weiß. So gut, ich weiß. Man kann es schießen. Mega geil. Ey, die Taube nicht mehr explodiert. Das ist ganz einfach. Ne, die Taube war ja schnell aufm Weg. Alter! Ne! Aber die Taube hat auch nicht zu fliegen, wenn man... Jojo! Was soll? Jojo! Was hat das denn jetzt? Ne! Wanwa wurde getötet? Ne! Du warst... Hallo, Deth. Ich war aufm Weg Richtung Traitor-Tester. Ja, ich könnte jetzt... Ne, dafür umbringen, weil ich mich immer gar nicht verdächtig... Ah, jemand hat mir die Identität! Ja, toll! Ja, das geht es! Ja, das geht es! Wanwa ist tot! Dann ist Exo frei zum Abschuss, Punkt. Gott, nicht den See bringe ich in! LOL! Hahahaha! Oh, ne! Toll ist die Tee, Fallo! Oh, Mann! Headshot mit der Pistel! Ach, Mann! Ich hatte nur eine Neige dabei gerade und ich konnte nicht widerstehen, um den Identität zu klauen! Du musst sie doch nicht direkt benutzen! Du musst das wie Sneaky machen, oder ich will sie später nutzen! Ja! Ich bin schon mal nicht gekillt! Ja, du hast es ja erst gemerkt, als ich umgedreht warst! Davor hast du es nicht gesehen! Hätt dich nicht umgedreht, hättest du nichts gemerkt! Das war jetzt ganz schön! Ja! Ja! Du musst es ja nicht direkt anlegen! Das Problem ist, ich komme automatisch immer auf den Knopf! Wie hat man mich denn jetzt eigentlich gerade umgebracht? Du warst einfach tot anlegen! Du warst einfach tot! Oh Mann! Du bist hinter mir auf einmal gestorben! Wenn der Kollege noch lebt! Ich glaube, ich bin an einem akuten Herzinfarkt gestorben! Ich bin ein Detter! Ich bin ein Detter! Ich bin eine Detter! Ein Detter? Oh, nee! Bitte! Ihr könnt euch alle umbringen! Ich bin eine Detter und ich werde Detter-Sachen machen! Der Detter muss sterben! Oh Mann! Das war eine Scheiße! Solange du hier keinen Fall gewaltigst im Knast! Lass mal auf die Seife fallen! Äh... Nein! Ich hab Mordlust als Enno! Das ist scheiße! Kill den Detter! Boah, das Mordlust ist irgendwie so... Das ist total scheiße! Das ist total scheiße! Hörst mich verarscht! Du brennst dich extra selbst! So, ich versuche mal was! Ja, er hat sich selbst... Ich glaube, ich werde ster- Ja, Genie Mensch! Wann mal lebst du noch? Ja, ich hab gerade versucht hier aus dem Tor rauszugehen, während das Auto da durchfährt! Oh, es geht nicht, hab ich dann auch gemerkt! Seine Leiche macht hier rum überleb' immer wieder! Zu spät! Silent Sniper, Silent Sniper, Silent Sniper! Hör mal, ziemlich komisches Ding hier! Silent... Lol! Silent Sniper! Und... Es könnte Reaper gewesen sein! Ich kam gerade da raus! Wie soll ich denn auf die Schie... Siehst du? Ja, Silent Sniper! Ich glaube, das ist Navo, die in dem Ding da drin sitzt! Wo sitzt er? In Lüftungsschacht! Ja, ich bin im Lüftungsschacht! Wo ist Navo? Ich bin im Lüftungsschacht! Okay, dann war es 100 pro Navo! Das war die perfekte Position! Das kam nämlich aus der Richtung hier! Verstehst du eigentlich Deutsch? Das war auch 100 pro Navo dann! Wenn die wirklich sich so dort versteckt! Ich glaube, da drüben drunter laufen! Ja, aber wenn die sich versteckt... Wieso ist hier eine Leiche nicht direkt? Veröffentlich! Nee, das ist so! Der hat dich selbst verbrannt! Das war ihre Schuld! Der hat dich selbst verbrannt! Nee, gehen Sie weg! Das war 100%! Herr Sniper! Verlassen Sie diesen Wachtturm! Gehen Sie rein! Mensch, da ist es! Sie sind ein Gefangenes Sniper! Ich bin der Aufsehende hier! Sie müssen hier runtergehen! Das war scheiße! Ich bin da oben! Hast du gerade die Falle ausgedrückt? Nee, wir wünschen da oben! Weil du dachtest, es dich wehren! Ich weiß, wir gerade ausgehen! Mein Sniper auch damit! Ja! Nein! Geh doch weg da! Ähm, ich würde den Navo auch unter Saspekt stellen! Ah, danke! Der Saspekt nur? Ja, heißt das nicht verdächtigen? Ja, weil ich dachte, ich bin schon da drüber... Ja, weil ich dachte, ich bin schon da drüber... Nee, ich bin mich! Achso! Ja! Das ist lieblich! Er labert Blödsinn! Nur weil ich ihn befreit habe, sagt er, ich wäre im Deadframe! Glaub ich! Ja, ich mag Melon! Weißt du? Ich musste gerade irgendwie falsch denken! Ich auch! Denkt immer falsch! Ach, Zeimerbrot! Da ist still, Snay! Du bist tot! Uh! Da, Reaper! Hexe lebt auch noch! Ja, aber er hat gesagt, du bist im Deadringer! Ja, ich lauf doch hier rum! Und siehst du mich verletzt? Nee, also! Mit der Glock? Nö! Warte, 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 warte! Ich hab irgendwie... Ist es ein D zum Befehl? Ja, ich bin der D zum Befehl! Ja, ich bin der D zum Befehl! Zu dumm zum Lauf! Ich hab ihn gerade gehört, er hat gerade losgemacht! Ich hab ihn angemacht! Ja, Alter! Schieß doch! Hier drüben bin ich! Ich warte mal, wenn's gehört! Ah, wo bist du denn jetzt? Aber irgendwo ist hier ne Bombe, ne C4 oder so, glaub ich! Oh, ja, ich hör auch den ganz Piepen! Piep, 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 piep! Ähm, Reaper, wo bist du? Wenn ich eigentlich mich an meinem Tee verschlucke, ne? Und dann ich sterbe, hat mich dann eigentlich ne Tee umgebracht? Ja, aber verschluck sich da dran! Das kann man doch gar nicht machen! Ich bin in der Waschküche! Ja, ne, komm jetzt nicht in der Waschküche, ne Blute ab ist, man! Du bist der Tee, nicht ich! Du bist nicht in der Waschküche, ich bin in der Waschküche! Ich bin da ja, siehste, hallo! Ja, gut! Äh, ja, weeperns, äh... Das ist jetzt irgendwie... Ich hab die schlechtere Waffe! Oh mein Gott! Du hast gar keine Waffe! Mann, warum war... Nicht gut, Nabo! Nein, dein Ernst jetzt! Bewegt dich mal! Ja, du, kein Bock! Das ist irgendwie sehr weit daneben im Übrigen, sehr reaper dabei, ja, das ist sehr weit nicht neben, auf meiner Position! Ding 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 Ding! Oh! Oh! Da muss es sich hochsaufen! Ja, du sei still mal! Läufst du dann jetzt wieder rum? Ups. Ich weiß, ob alle alle tot sind. Scheiße. Ohohoho. Ohohoho. Es war so schlimm. 10 mal so laut, Reepa ist es, Reepa ist es, Z-Mingan. Reepa ist es, Z-Mingan. Du, die Taub ist abgetreut prereg'd. Ja, das ist halt das typische TTT-Zubring. Ich saß nicht direkt auf ihn geschossen sein, aber wenn du überhaupt nicht bekommen hast, dass ich rüber bin, dass der TTT ist. Schnee mich auch auf die Eier gegangen ist auch noch. Guckt euch doch mal meinen Kamer an, ich muss der Schnee auch noch abknallen, wenn der unbedingt denkt, der muss nerven. Aber es ist einfach so, ich ruf ja nicht nur einmal, sondern zehnmal lieber. Wir haben einfach nicht zugehört, egal. Oh Mann, ich bin übrigens jetzt bei Snail und ich bin Detective. Warte Snail, schmeiß mich mal kurz auf Sinn, wenn du Trader bist, gib mir mal einen Doppelgänger. Ich würde sagen, der Richtige hat das Kamerl verloren. Gut, 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 gut. Ja, Julio, du bist reingelaufen, sie hat den niemanden befohlen. Ich war einfach dafür da, dass sie nicht zu mir ist. Da bist übrigens der Snail. Du hast ihn umgebracht oder nicht? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Als ob ich dir das jetzt glauben würde, Navo. Ey, das ist doch eine gute Idee mal, das zu holen. Hier, ähm. Warte, kommt mal alle raus. Obwohl, ne, ähm, habt ihr mich jetzt gecallt? Hier irgendwo hin. Ja, warte. Reepa war eh nur. Ah. Wow, da blitzt was. Äh, ja. Ja, nicht auf das Kabel, nicht auf das Kabel. Ja, da oben. Ja, da oben. Au. Ja, auf, da mal zu schießen, ich hab noch gar nichts gemacht, ich hab ne SG. Wer ist jetzt? Er hat geschossen noch. Wer ist jetzt? Ich hab ne SG, alter. Er hat auf denjenigen in nem Turm geballert. Ja, ich hab ne SG. Wer hat auch mitgeschossen? Das war ja wahrscheinlich. Warte, wir machen jetzt mal was. Warten wir? Alle testen jetzt hier. Alle testen. Er hat doch ne Portable Tester. Ja, sag doch mal die Ortsangabe, wo der Tester ist. Portable Tester, alle bei, äh, Snays Leiche. Das nächste ist gleich. Na, Oka ist das gleiche. Okay, Na, Oka ist Inno-Set. Wann war? Teste, geh da ran. Wo denn? Ach, da. Der liegt da. Wann war es Inno? Kannst du ihn wiederbeleben? Jojo und Cyberbot sind's. Wieso? Ich bin doch nicht, ihr seid ihr beide als Einsen nicht getestet. Alter, ich bin doch nicht mal in deiner Nähe wo's weiß ich ja ohne Testen ist, Mann. Jojo und Cyberbot sind. Ich will doch grad zum Tester laufen, Alter. Ihr seid als Einsen nicht getestet, Na, Oka ist tot. Wann war es Proofen Inno? Deswegen sind wir, ja. Ja, ja, eindeutig. Und deswegen bist du fast gestorben bei mir, weil, das ist, hey, das ist Access Logik, Creeper. Das, äh, Jojo, das ist Access Logik. Ich bin also jetzt Reaper, okay. Das konnte nur ein P-Artiger die Falle. Wann war töte die beiden, wenn du sie siehst? Ja, wann war bist du tot? Na, wow. Der lag auf einmal hier, den hab ich nicht mal umgebracht. Wow. Ich hab den wirklich nicht umgelegt. Hast du den umgelegt, Cyberbot? Nö. Da drin ist einer übrigens, was dir das geschafft hat. Kriegst du mal Damage, ey! Bam, 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 bam. Wie man die Melone sieht, durch Zufall auf den Boden gucken. Was? Wow. Das sag ich noch, wer Traitor ist. Der hat man Friendship. Aha. Ja, ja, hab ich da Ängste mit jemandem. Hättest du mich wiederbelebt, Echse? Ich hätt dir direkt beide Traitor getötet. Woher soll ich den King? Ihr habt schon Portable Tester geholt. Und Snape... Boah, dann Jojo war's und Cyberbot. Das war so offensichtlich. Ja, deswegen hab ich's ja gesagt. Ja, 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 nachdem Navo geprüft war, war das auch wirklich, weil... Ja, ich hatte SG und einfach ein bisschen mal tot. Ja, wow. Cyberbot? Warum hast du, äh, Cyberbot als Snape? Warum hast du auf ihn geschossen? Ich hab das Ding aktiviert. Bist du un... Nee, das ist so unnütz, wenn du das machst. Mann, jetzt sind ja alle in dem Hause. Du warst her, also... Oh, ja, das ist meine Farma. Nächste Runde, es läuft die nächste. Das ist meine Farma. Jetzt ist der Snape im Verfolgungsmodus. Da kommt man nicht hoch, Navo. Na, Navo? Wolltest du grad in deinen Traitor-Turm? Da kommt man nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Ach, guck mal. Weep halt's den. Es geht da nicht hoch, wenn da jemand stimmt. Nee, verdroß dich mit einem Fax. Juju, lass mich durch. Nein. 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 Das ist der Snape. Das ist der Snape, Alter. Das ist der Snape, Alter. Das ist der Snape, Alter. Das schießt dann einen Traitor darauf. Ich hab irgendwie einen Fleck auf dem Bildschirm. Ah, nein. Das kann man nicht mal abbalancieren. Du hast da so ein bisschen Blut am Arsch. Okay. Ja, da kommen die Tage aus dem Fallschirm. Nein. Okay, weißt du doch. Oh, oh, dafür solltest du den Umringlichstrund in Navo. Snape, nein, 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 nein. Snape, nicht mit exklusiven Fässern verfolgen. Das ist scheiße. Das ist mein Schutz. Mann, Snape, jetzt hau ab. Was macht ihr da? Ey, der Volk hat einen exklusiven Fässern. Schau mal, schau mal. Das war ein kleiner Spaß. Warum ist sie tot? Das war nur ein Spaß. Du musst mich nicht umbringen deswegen. Mann, Snape, hau ab. Lass ihn doch mal in Ruhe, Snape. Ich bin Tete, ne? Das ist dir hoffentlich klar. Ich bin Tete, ne? Das ist dir hoffentlich klar. Hau ab, Alter. Geh mal irgendwas machen, außer mich zu verfolgen. Okay, zwei Innos. Alter. Zwei Innos? Kannst du hast einen Portable Tessa geholt, Reaper? Nein. Da schießt jemand. Ja, ich hab Fässer angeschärft. Keine Sorge. Ah, okay. Warte, ich hab noch Fässer hier drin. Ja, in der Lager alle. Gibt's doch welche. Also die beiden Innos von euch können anfangen auszuflippen. Also du sagst, ich darf ausflippen, ja? Ich bin davon ausgegangen, dass alle hochgegangen waren. Die Innos, die Innos dürfen alle anderen töten. Das ist das Problem jetzt. Es gibt zwei Innos. Okay, Tate hat gesagt, stopp. Es gibt zwei Innos und zwei Traitor. Ach, Cyrobot, im Ernst? Nein, nicht im Ernst, du. Ich weiß ja jetzt nicht, wer von den... Ob da irgendein Innos noch bei den anderen dabei ist. Nein, das ist mal eine Pistole. Das ist richtig scheiße. Wer schießt denn jetzt auf dich? Ja, Tate. So, Cyrobot ist tot. Alter. Ich hab mich noch geschossen. Ich weiß jetzt nicht, wo... Wer es ist. Genau. Hä? Aha Manchmal bleibt eine fliegende Taube in der Luft stehen Wann mal kackt aufm Boden Wann war Weißt du was ich glaube? Dass ich irgendwie gleich überfahren werde oder so Leider bei der Intelligenz einer Taube kein Wunder Pssst Alter gleich ist meine Maus durchgedrückt Ach komm schon Weeper Was hast du heute so gemacht? Ich bin schon durch die Gegend geflogen Wie deine Tauben Ja aber was glaubst du Wieso gehst du denn davon aus dass ich Tauben nutze also Du bist der letzte überlebende Aber anderer zu tot Quatsch Ich habe jemanden wiederbelebt Der nutzt Tauben Mhm Nicht? Schade Du bist der aber so ein Trägen geflogen Warte mal Aha Warte mal 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 denn als drungen haben da können sie können wenn wir so herzene ich weiß nicht ich liebe dritte dafür darf ich auch was ich auch guter ist nach hallo ab bei der nicht wir gucken jetzt fernseh Prozent fernsehen wo ist denn hier doch ach so dahin ja was läuft doch ich dachte gerade schon für den rutsch und schnell wäre nah oder andersrum wo ist denn hier ein fernseher in der hand von navo was läuft da warte läuft immer dasselbe Archangel Forecast Archangel Forecast ist das eine wunderschöne Fernsehsendung weil ich mein Tee trinke äh was für ein Tee ähm Kirsche Vanille und er ist passiert was passiert bei euch rieper ich könnte mich jetzt damit rühmen dass ich ihn getötet habe aber habe ich nicht äh es gibt es ein random kill es gab zu vieles nicht das war richtig random es gibt es nicht mehr es gibt es es gibt es es gibt es es gibt es ja es gibt es es gibt es ja auch mal die ganze Zeit ja ja abgelehnt das kann doch nicht sein ich habe gedacht man könnte sich mit dem First Aid Kit vielleicht heilen aber nein das bringt dich um ich konnte dich eh nicht wiederbleiben ich hatte keine ich hatte meine Punkte aus und damit hattest du dich erst lange das First Aid Kit bringt einen um okay super super das bringt einen um super das ist ein Gegenteil First Aid das ist ein Last Aid Kit das ist ein Last Aid Kit das ist ein Last Aid Kit das ist ein Last Kit ich reg das so auf The Last Kit oh das ist halt nicht die Identität vom Detainer genau aber der Detainer hat ne? oh ich muss mir das auch mal wieder runterladen wenn es Soundbar Mann aber ich hatte da eher so Sachen von Edit Klicks hier rumsteigt manchmal packt der Doppelgänger aber auch übel zu rum man nimmt die Identität und ohne Rechtsklick zu drücken das sieht ja irgendwas Snail ist fast tot Snail ist fast tot der hat auf mich geschossen wobei ich Snail hat sich mit nem Fass selbst umgebracht fast ja Snail hatte eins in der Hand aber da muss ja jemand drauf geschossen haben er kann ja nicht gleichzeitig eins in der Hand haben er kann ja nicht gleichzeitig eins in der Hand haben er kann ja nicht gleichzeitig eins in der Hand haben er kann ja nicht gleichzeitig eins in der Hand haben nein hör mal zu jetzt ganz kurz Exe ich wollte auf den Turm ich glaub dann muss man den USB nehmen ähm ich war auf dem Turm wollte wieder runter er kommt mit dem Fass hoch ich sage er soll weggehen er geht weg und dann hat er rumgeballert oh mein Gott er kann doch nicht rumballern und gleichzeitig er gleich die Fasse nachher er hat das war schon lange das warst du ich hab nur gesehen dass er eins in der Hand hatte ich hab nur gesehen dass er eins in der Hand hatte dann hab ich gesagt geh runter ich hab doch gesehen dass er eins in der Hand hatte als das Fass existiert ist boah er hatte ja auch eins in der Hand danach hat er es fallen gelassen äh was verstehst du dran er hat doch eine Hand er hat doch eine Hand ach mein Gott so lächle dich im Kindergarten ist er aber jetzt KOS oder nicht was wie unfähig muss man ich schau dich ich kann mich nicht selbst helfen der Snail war auf mir Death Snail war auf mir Death okay hast du ihn runtergeschubst ich war schon lange vor ihm hier unten geiler geiler ich hab mich da hier unten nicht gesehen lass mich hier mein Gott ich war vor ihm hier unten aber du du warst du auch nicht vor mir hier unten ich hab Cyber war vor Snail hier unten ich hab gesagt ich war vor ihm hier unten bist du Snail ja mein Gott bin ich so jetzt kommt die CSGO-Place man wirft erst aus den Vents einen Smog und sobald die Smog auf geht geht man runter und überblickt den Raum Cyberbot also ich bin aber eher für eine Double Flash nein du ja Flash geht auch aber wenn du noch eine Smog hast also ja Smoke sehe ich hier als Vorteil weil ich da selbstständig sehe nein ich smoke immer ab um vor also den so sozusagen vorzuspielen dass ich da jetzt komme und dann gehe ich zurück ah das ist ganz tricky weißt du ja weil die da kommt ja meistens da kommt ja meistens zu der Call bei den Teammates das kann doch nicht wahr sein oder Snail da rennen die da alle hin und dann deswegen flashe ich und smoke ich auf ein Permanent raus auf A lang weil das ist zum Beispiel da gibt es mal keiner oh danke Snail hm Manu so wer ist jetzt eigentlich kommt für ein Traitor Leute haben wir nicht irgendwie schon so ein Call von irgendjemand keine Ahnung ja äh hier ist eine unendlich mit der Leiche am Eingang vom Gefäng... so also ich bin für Cyberbot warum bist du für mich Cyberbot ist KOS warum bist du für mich? Befehl vom Dete Befehl vom Dete dein Dete Befehl kannst du dir mal so hinschmieren Dicke den Dete Befehl hätte ich auch so schon ausgeführt Jojo also von daher ey was ist denn der Dete Befehl? töte Cyberbot der ist auf dem Turm oben nein bin ich gar nicht schon wieder glaub ich er geht grad runter als ob ich ihn treffe als ob ich ihn treffe ja 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 ich hab nur gesagt dass du da bist ja tot ich hab nen Credit bekommen und der ist explodiert hab BOOM hehehe gut dann fehlt jetzt nur noch äh Navo und Mamba genau eigentlich könnten wir uns beide duellieren ja aber dazu bräuchte ich eine bessere Waffe oh hier ist sogar noch mit seinen Schneider an ihm gekommen also jetzt ist halt die Frage was hau ich weg dafür ich glaub ich hab was ich wegfauen könnte warte dürfen Navo und ich uns duellieren oder uns töten wenn wir uns nicht sehen den anderen ähm du solltest dem anderen schon eine Chance geben sich zu wehren ok schade genauso genauso sollte der Gegenüber dir auch eine Chance dafür geben ne dafür bin ich nicht ich bin nur dafür dass man mir ne Chance gibt und was ist mit Reaper? naja das ist äh hallo ja Navo komm der ist hier auch grad gewesen kann ich ihn von hier aus sehen überlegs dir ne ne kann ich ihn von hier aus irgendwie sehen wohl nein aber er ist auch schon wieder abgehauen also ach ja wir können auch kein Triage Duell machen was dann ja auch kein Duell mehr wäre sondern ein Trial was zum was lachst du ja ich weiß es auch gerade nicht ja ich weiß es auch gerade nicht laufst du was hey also doch Navo auf dem Parkplatz äh bei auf dem Parkplatz das ist ja echt nicht so friendly ah nein ach komm schon von Wutzer alter also von oben ok hat sie schon erledigt ja gut ja ja oh man hast du Reaper umgebracht vielleicht das ist ja vielleicht eventuell das wäre möglich hast du ihn umgelegt oder nicht ja wie ist er sonst gestorben weiß ich doch nicht vielleicht war er fast so nett zu dir nein na war gut gemacht tschüss da ruf ich Cyberbott ab Moni wobei Cyberbott wohl auch erschossen das war's mit der Volga Kappel nicht mal wieder rein tschüss 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 tschüss